Musik Es war im letzten Jahr in der Hessenschau, da wurde Aumenau das schöne Dorf aus einer Lostrommel gezogen. Quasi über Nacht erlangte Aumenau im Fernsehen, als das dolle Dorf über Hessen hinaus einen großen Bekanntheitsgrad. Aumenau hatte sich in kürzester Zeit in Schale geschmissen und sich von seiner besten Seite präsentiert. Doch das soll noch nicht alles gewesen sein. Auch dieses Jahr kann Aumenau von sich reden machen. Auf dem Hessentag in Bad Hersfeld hat Aumenau die Möglichkeit, den goldenen Onkel Otto mit nach Hause zu nehmen, als das dollste Dorf 2018. Damit Aumenau auf dem Hessentag dabei sein kann, muss es noch Punkte sammeln. Die 50 dollen Dörfer aus 2018 wurden vom Hessischen Rundfunk in vier Gruppen aufgeteilt und mittels Voting, also der Stimmabgabe per Internet oder Telefon, wird in jeder Gruppe ein Sieger ermittelt. Die Gruppensieger nehmen dann live am großen Finale in Bad Hersfeld teil. Mit Sport, Spiel, Spannung und Unterhaltung wird dann der Finalsieger ausgespielt. Also gebt eure Stimme für Aumenau ab. Bis zum 16. Mai um 12 Uhr kann jeder seine Stimme unter der kostenpflichtigen Telefonnummer 0137 21 155 58 oder kostenfrei im Internet auf der Seite www.dollesdorf.hr-online.de für Aumenau abgeben. Holt den Onkel Otto nach Hause und votet jetzt für Aumenau.